Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mist Tipps und Tricks. Ich bin Cindy und ich habe heute wieder was sehr sehr leckeres für euch. Und das brauchst du. Jetzt nur noch den Mozzarella dazu würfeln und den Feta reinbröseln, alles miteinander vermengen und ein bis zwei Stunden ziehen lassen und fertig ist ein super leckerer und leichter Nudelsalat. Könnt ihr gerne mal probieren und wenn ihr mehr Grillrezepte haben wollt, Grillsalate, dann schreibt mir das einfach mal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und es wird schon ganz bald was Neues Leckeres geben. Und dann würde ich sagen, guten Hunger, viel Spaß beim Nachmachen und Tschüssi bis zum nächsten Mal.